... 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 War natürlich jetzt geil, dass der sich da rumgeschlichen hat, da hat er natürlich keine Chance. Außer er wird sich im Gang verkriechen. Oh, 2 gegen 2. ... ... Okay, jetzt... ... ... ... Jetzt guckt er blöd, von wegen jetzt kommt er immer auf dich zu, auf dich zu. Boah! Ist das gemein gewesen! bei den anderen dreimal gewackelt, bei dem jetzt nur... Oh, shit. Mist, da musst du echt reagieren in dem Moment, wo es kommt. Das ist klar, aber... So, drei gegen drei. Oh, leckumio. Nein! Nein, 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 nein. Der hat mich doch getroffen, als ich schon längst... Ja, ist doch unglaublich. Ja, aber ich hab noch nicht ganz nachgeladen gehabt und war schon wieder draußen und am Zielen ist natürlich... Natürlich. Ups. Hm. Na? Wie viel haben wir denn noch? Na, komm her. Alter Schwede, Reichweite extrem erhöht bei diesem Schlag. Das muss man erst mal wissen, weil da kommen die meisten gar nicht so wirklich drauf. Ja. 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 Und durchgefallen. Den hab ich am Hinterkopf erwischt. Wow. Verdammt. Äh. Ist ja gemein. Was? Ah. Klar, wer das überlebt. Ja, natürlich nicht. Hm. Blöde Sache. Ähm. Ja, ist okay. CZ 700. Ah. Ich hab doch keinen Plan, wo ich jetzt hier muss. Wirklich. Wirklich. Der hat auch hier echt gelitten. Ja. Gewonnen. Ja. Gewonnen. Neuer Modus. Muss ich sagen. Random gewählte Aktionen und so weiter. Saubere Sache. So. Finde ich gut. So. All und all. Damit wir jetzt auch. Ttm. Na. Da kann ich wohl wegbleiben. Außerdem sind da zu viele Glitzerleute drin. Ist natürlich jetzt hier so schnell dahergesagt. Hero. Null, null. Fünfzig Minuten. Hm. Ja. Da gibt's auch immer wieder Punkte. Das Problem ist dann eben, dass man dann... Jetzt sind sie auf kürzere Texte umgeschritten. Unsere Werbeheinis. Oh Gott. Ähm. Erstmal eine Waffe. Und jetzt... Jetzt bin ich erstmal eine Sekunde hier dran. 34. So lange habe ich... wirklich länger nicht gespielt. So. So. Hm. Ist mir doch eine Latte, wenn die mir hier meinen... So. Okay. Schön. Wo ist eigentlich mein Leben? Ach. Ich hab ja so viel davon. Interessiert das ja eigentlich gar nicht. Ähm. Okay. Wo sind sie denn? Vielleicht sollte ich nochmal versuchen hier... Ach. Kann ich nicht durchschießen. Ich hätte gedacht, das ging nicht eigentlich. Okay. So. Durch pushen. Durch pushen. Durch pushen. Oh. Ist natürlich echt... fies jetzt. Bin ich hier natürlich... Ja, ist gut. Ja. Wo kommst du her? Na. So geht's auch schon besser. Okay. Da fehlt nicht mehr viel. Ja. Ah, verdammt. Das war länger her, dass ich das mal wieder kommen hab. Ach. Ach. Hat gar nicht hier geschwindet heute. Ah. Wo hab ich mehr Leben? Na komm, noch ein bisschen. Dankeschön. Oh. Ich bin auf der falschen Seite. Ähm. Jetzt seh ich mich natürlich selbst nicht. Falsche Seite ist natürlich echt eine Überraschung. Einmal heilen und... Das, was keiner erwartet. Dass man sich eben auf... Gut, ein bisschen Geschwindigkeit kann man auch dazu geben. Es schadet nie. So. Was haben wir denn hier? Pushen wir mal auf der Seite. Ah, so ein Speed-Junkie. Ich raff' grad gar nicht, dass er hier auf... Ähm. Was machen wir denn hier? Ach, schade. Ich war nicht dran beteiligt, aber was soll's. So, dann wird gleich erstmal der Chat geleert. Ja. Man muss das ja nicht allzu lange da stehen haben. Ach, jetzt stimmt. Jetzt geht's hier grad nicht. Eine Sekunde. Man kann ja auch grad das Ergebnis mal abwarten. Ah. Juck. Ähm. Ja, war ja jetzt nichts Großartiges. Ah. Wer mal gewinnt. Stimmt, da gibt's immer eine Reward. Ähm. So, jetzt push ich grad mal hier. Ich wird leeren. So. Fruh' ich grad mal rum. Ähm. Hm. Naja, eine Runde reicht mir. Ich mein, wenn man es gewinnt, klar geht man an der Reward, aber... Naja, Tio, richtig. Eigentlich gar nicht mal so übel. Dafür hat man aber... Ähm. Eben... Ich hab wieder... Ist auch noch dasselbe. Vielleicht sollte ich mal hier auf Bravo gehen. Willst du mich verkohlen? Es gibt nur dieses eine einzige Spiel, was im Moment auf alles und alles zutrifft. Hä? Unglaublich. Eins zu eins mit voller Besetzung. Hm. Mal sehen, wie viel ich da rausholen kann. Wird am Ende wohl nicht viel sein. Ja. Tja. 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 Okay, grad wieder im Verliererteam, aber kann natürlich auch an anderen Sachen dienen. Ähm. Warte mal. So, jetzt hab ich die russische. Ja. 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 Kann man mal... Hm. Ich dachte mal, gut da mal. Okay, jetzt hab ich nur noch zwei Leben. Das ist natürlich echt blöd. Wow, 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 wow. Lass mich rein, verdammt. Alter. Ist der letzte AFK? Nein. War ich das? Nein. Ah, schade, ich nicht. Mann, ein gegen drei. Mann, 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 Mann. Wow. Was? Ich bin... Moment, bin ich auch nicht allein gestellt? Wie kann man nur so allein gelassen werden? Ich hab gegen drei Leute gespielt. Okay, jetzt wird's lustig. Da schubst man sich gerne. Boah. So. Das räumt jetzt langsam. Es steht mir natürlich dieser eine Affe da immer im Weg. Da muss ich dir eigentlich mal einer hier mitgeben. Oder er verschwindet einfach von der Bildfläche. Oh, es sind nur noch zwei Leute da. Nein. Gut, einen haben wir noch. Ich hoffe, die anderen verlieren jetzt auch grad. Oh. Gut, das ging wohl voll in die Hose grad. Ähm. Missionary Tick. Demilitate all enemy units. Okay. So. Ehm. So. Bis zum nächsten Mal.